Du möchtest was Sinnvolles in deiner Freizeit machen und neue Erfahrungen sammeln? Dann kommt zur Freiwilligenmesse. Die ist am 30. Juni von 10 bis 16 Uhr rund ums Landhaus in Linz. Ich bin Franziska von Ulf, dem unabhängigen Landesfreiwilligenzentrum. Ich habe selbst nach der Schule ein freiwilliges Umweltjahr gemacht, habe mich für den Umweltschutz engagiert und dabei coole neue Leitkoller gelernt. Bei der Freiwilligenmesse haben wir ein nächstes Programm zusammengestellt, die Band Blechsalat spielt. Es gibt kostenloses Essen und Trinken und außerdem Verlosungen mit cooler Preise. Außerdem ist es ein Green Event, wir schauen auf Nachhaltigkeit. Das ist deine Chance, dich unverbindlich über freiwilliges Engagement zu informieren. Bei Fragen komm einfach zum Ulf Infostand, 30. Juni, Freiwilligenmesse, schau vorbei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017